Es freut mich, dass heuer bei der RE-MAX Austria Convention in Linz wieder über 500 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten RE-MAX Netzwerk in Österreich zusammenkommen, um sich zum aktuellen Marktgeschehen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und wieder mit neuen Ideen und neuer Motivation ins Tagesgeschäft zurückzukehren. Der Immobilienmarkt war sehr herausfordernd in den letzten Monaten, ist es nach wie vor und genau in so einer Zeit ist es extrem wichtig, sich mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen austauschen zu können und natürlich am Abend gehört auch dazu, wollen wir die Erfolge aus den vergangenen Jahren im gesamten Netzwerk gebührlich feiern. Wir freuen uns auf eine tolle Convention. Ja, auch von meiner Seite herzrechtlich Willkommen. Ich stehe hier draußen vor diesem wunderbaren Ballon, aber ich kann euch eines versprechen, das was wir drinnen hören, ist alles andere als heiße Luft. Doch, doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Musik Ich bin total begeistert von dem Spirit hier bei der RE-MAX-Jahresveranstaltung. So viele tolle Menschen und so viel Potenzial, diese Marke gemeinsam noch weiter nach vorne zu bringen und die Kunden alle zu Fans zu machen. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.